da beißt was da beißt was los nimm die angel guck's dir an du bestimmt ein riesiger fisch wenn wir die bremse hoch machen dann ist man auch wieder elegant herziehen ich bin mir sicher das ist ein wahl komm schon, will ich essen hier fast wie der alte mann unters meer ein utischer kampf ja klar da ist jetzt auch ein anderer beiß du bist so klar komm jetzt her du fisch ich will deine mama anrufen ah komm her boah ist das ein mocken was ist das denn 6,3 kilo meine güte ist das ein riesenvieh spiegelkarpfen deluxe könnt ihr auch fast mal lächeln oder gleich mal ein screenshot prima highlight des tages 6 kilo spiegelkarpfen ja euch